Hier am Solway College steht wirklich jede einzelne Schülerin. Das haben wir direkt gemerkt, als wir hier angekommen sind. Wir wurden super freundlich aufgenommen und die Lehrer und Schüler sind einfach total offen und hilfsbereit. Das College ist in Masterton und das ist nur 90 Minuten von der Hauptstadt Wellington entfernt. Im Prinzip wird wirklich jede einzelne Schülerin betreut, je nachdem in welchem Fach sie eben mehr Hilfe braucht. Ich denke, das ist einfach nur möglich, weil die Schule so klein und familiär ist. Dadurch ist die Schule aber auch akademisch sehr gut, besonders im NCL Level 1, 2 und 3. Die Mädels haben aber auch eine ziemlich große Auswahl an außerschulischen Aktivitäten. Zum Beispiel gibt es zwei Schulbands und total unterschiedliche Sportangebote wie Cricket, Netball, Volleyball, aber auch Surfen. Und das fanden wir total cool, weil wir diese Möglichkeit an unserer Schule natürlich nie hatten. Im 2017 gibt es auch eine Räder-Akademie an der Schule. Es gibt drei Programme für Anfänger, für Fortgeschrittene und für schon sehr erfahrene Reiter. Sober College ist wirklich eine sehr besondere Schule und wir können aus eigener Erfahrung sagen, dass man sich sofort wohlfühlt.